UNTERTITELUNG Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen möchtest. Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll dich nicht proben können. Hey, Sven. Ich weiß, ich steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Hast du am Start? Kannst du spielen? Frag sie nur. Ich bin bereit. Er hat keine 15 Minuten durch. Um sich ausruhen ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's Gutes, nehme ich's. Ich hab im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht. Sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Merf mich nicht. Schreib eh nicht mehr. Und los! Schneller! Ausgeben! 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost! Du bist so schwach. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid. Geh nicht anders. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Weil wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sagt nicht, dass es dir leidtun! Ihr sagt alle, dass es euch leidtun! Ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung! Du sprichst doch meine Schwester, oder? Mit zwei Minuten, damit du weggekommen bist. Ja, du hast recht. Zwei Minuten waren viel aus. Ich muss auf dich aufpassen. Ich muss auf dich aufpassen. Ich muss aufhören und rosstern. Ich muss aufhören.